In Berlin begrüße ich Gunter Krichbaum, den Vorsitzenden des Europa-Ausschusses des Deutschen Bundestages. Guten Abend nach Berlin. Schönen guten Abend. Also mal eine Frage vorweg. Gewinner und Verlierer. Wird es die geben und wer werden die sein? Nun, natürlich haben wir jetzt zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union die Situation, dass ein Land die EU verlässt. Da kann es keine Gewinner geben. Es ist eine Lose-Lose-Situation. Aber auf der anderen Seite werden wir eben die Verhandlungen sehr besonnen und sehr rational führen müssen. Denn auch nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union bleibt natürlich dieses Land ein Teil Europas. Und wir brauchen uns auch in Zukunft gegenseitig. Wenn Sie Lose-Lose sagen, dann meinen Sie beide Seiten. Also wir, die EU und diejenigen, die bleiben werden, nämlich die 27 Mitgliedstaaten und auch Großbritannien. Was heißt das? Das ist richtig, weil natürlich brauchen wir auch weiterhin ein Großbritannien, gerade aus Außen, aus Sicherheits-, aus verteidigungspolitischen Gründen. Großbritannien ist ein Land der NATO. Aber auf der anderen Seite, gerade unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, verliert Großbritannien sehr, sehr viel. Der Binnenmarkt ist dann eben für Großbritannien in der Form jedenfalls nicht mehr möglich, nicht mehr begehbar. Da braucht es dann schon sehr große Kompromisse. Aber die wird die Europäische Union nicht ohne weiteres eingehen. Das sagen Sie jetzt. Aber wir sind ja gewöhnt in der Vergangenheit, nämlich während der Mitgliedschaft, dass die Briten immer sehr stark im Fordern waren und die EU immer sehr gut im Nachgeben war. Zumindest teilweise. Damit rechnen die Briten jetzt bei diesen zweijährigen Verhandlungen auch. Glauben Sie dran? Es wird keine Rosinenpickerei geben, weil das wäre ein völlig falscher Anreiz, auch für andere Staaten. Es kann am Ende nicht die Situation sein, dass es sich mehr lohnt, aus einer Europäischen Union auszuscheiden und dann alle Vorteile mitzunehmen, als umgekehrt eben Mitglied der Europäischen Union zu sein, Rechte zu haben, aber eben auch Pflichten. Und letztlich lohnt es sich ja für alle Beteiligten. Denn gerade unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist diese Europäische Union ein Erfolgsmodell. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, verdanken der EU auch wirtschaftlich sehr, sehr viel, aber Großbritannien eigentlich auch. Ja, und das ist gleichzeitig ein Achtungszeichen in Richtung anderer Mitgliedstaaten, in denen auch so manches gärt, jedenfalls noch unter der Decke. Nun, bei den Briten wird das momentan alles noch ein bisschen rosig verkauft, hat man den Eindruck. Die britische Premierministerin versucht da ihre Leute zusammenzuhalten und bei Laune zu halten. Und das klingt alles so einfach. Ist es denn so einfach? Oder wie kompliziert wird dieses Auseinanderdividieren jetzt zwei Jahre lang sein? Es ist sehr, sehr kompliziert. Man hat es jetzt allein schon an dem Umstand gesehen, dass nach dem Referendum es immerhin neun Monate gedauert hat, bis Großbritannien die Briefmarke gefunden hat, um sie jetzt auf das heutige Schreiben zu kleben. Und man kann natürlich auch davon ausgehen, dass jetzt mit dem heutigen Tag die Frist zu beginnen läuft. Das heißt, innerhalb dieser zwei Jahre stehen uns sehr komplexe Verhandlungen ins Haus. Es ist in der Tat Neuland für beide, für die Europäische Union wie natürlich auch für Großbritannien. Aber Fakt ist natürlich, dass hier die Europäische Union sicherlich am längeren Hebel sitzt. Denn Großbritannien möchte sehr viel weiterhin auch an Vorteilen sich sichern. Das wird so ohne weiteres nicht möglich sein. Gleichwohl unterstreiche ich nochmals, es ist wichtig, die Verhandlungen in einem positiven Klima trotz alledem zu führen. Denn wir werden uns auch nach einem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union weiter gerade in die Augen schauen müssen. Ja, das wurde auch immer wieder betont, auch heute, dass man ja sowas wie besondere Freunde bleiben möchte und das auch genauso vorhat. Dennoch, es wird Veränderungen geben und es wird auch in der EU dadurch Veränderungen geben. Und wir lernen ja gerade, dass zum Beispiel ein amerikanischer Präsident uns fast antreibt, uns selbst zu überdenken und vielleicht auch ein bisschen zum Positiven hin zu verändern. Was wird dieser Brexit Europa bringen? Na ja, in Richtung des amerikanischen Präsidenten kann ich nur sagen, ich erinnere mich an einen amerikanischen Außenminister namens Henry Kissinger, der einmal gesagt hatte, Europa, welches Europa, sagt mir doch mal seine Telefonnummer. Und dieser Tage bin ich eher geneigt, zu sagen, welche Telefonnummer haben eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Deswegen, gerade was die außenpolitische Orientierung angeht, glaube ich, da hat man noch einiges zu erwarten von den Vereinigten Staaten. Ich bin mir sicher, gerade dieses vereinte Europa, 60 Jahre nach der Unterzeichnung der römischen Verträge, wird hier über die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch sehr bedeutende Ausrufezeichen setzen. Denn wir sind letztlich über die wirtschaftliche Integration gewachsen. Aber außenpolitisch bleibt da natürlich noch sehr viel Potenzial. Und dieses Europa wird es auch ausschöpfen müssen. Ja, und daran werden Sie weiterarbeiten mit Ihren Kolleginnen und Kollegen des Bundestages. Herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend. Gunter Krichbaum. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.